Yom al-Qiyama wird es einen Diener geben, der zu Allah spricht. Allah wird zu ihm sprechen. Und man sagt, mein Diener, wenn ich dir die ganze Dunia und das, was auf hier ist, geben würde aus Gold. Alles, was auf hier ist, jedes Auto, jedes Reichtum, jede Diamanten, jede Edelsteine, jede Uhren, alles, was darauf ist, worauf die Menschen sich verrückt machen, ich gebe dir das. Aber alles aus Gold. Würdest du das auf meinen Weg spenden? Und der Diener oder die Dienerin sprechen, ich nahe mir ab, natürlich würde ich das auf deinen Weg spenden. Allah subhanahu wa ta'ala, du hast gelohnt. Denn ich wollte viel weniger von dir auf den Diener. Ich wollte von dir, la ilaha illallah. Selbst das hast du mir nicht gegeben, mein Diener. La ilaha illallah, walhamdulillah. Haltet euch an diesem Dien fest. Haltet an dem Tauhid fest. Lasst euch nicht von dem Schaitan und seinen Anleiten eure Religion kaputt machen. Lasst euch nicht vom Tauhid abwenden, wegziehen lassen. Denn vergisst nicht. Wallah, ihr werdet euch so freuen am Jungen al-Qiyama, dass ihr diese Religion festgehalten habt, während alle anderen losgelassen haben.